So, neuer Tag, neue Nördel-Varianten. Also nicht neue, aber vor allem nicht Nördel-Varianten. Naja, ich will wissen, was ich meine. Wir machen Nördel, wir starten mit Nördel. Ich würde mir den Anfang vom letzten Mal, glaube ich, wieder übernehmen. Ich weiß noch nicht mehr, wie er war. Das ist natürlich gut. Wir machen mal 1 plus 3 plus... Nee, nee, nicht plus. Ich will auch das Mal drin haben. Ich will auch das Mal drin haben. 1 plus 3 Mal... Mal 8 ist gleich... Ah, nee, ist gleich erst. Dann habe ich nämlich 25 und habe 5 verschiedene Zahlen benutzt. 3 Rechenzeichen und das ist... Ja, 2 Rechenzeichen und das ist gleich. Okay. Den Anfang kann man ja wirklich nur raten. So, das ist ja das Ding. Okay, die 1 passt. Es kommt ein Plus vor. Das ist gleich, ist nicht an dieser Stelle. Es kommt kein Mal vor. Gut. Dann müssen wir jetzt rausfinden, ob noch ein Minus oder Geteilt vorkommen könnte. Und die 2, 3, 5 ist raus. Auch das ist interessant. Eine 8 ist irgendwo dabei. Hm. Okay. Machen wir doch mal 18 plus... Ah, wobei, das ist schon doof. Das ist schon doof, wenn... Also ich... Hm. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das eine dreistellige Zahl am Ende wird. Dann machen wir mal 1 plus... Kriege ich das hin? 467... Nee, ich kriege ja keine dreistellige Zahl als Ergebnis. Zumindest mit einem Plus nicht. Mit einem Plus kriegt man keine dreistellige Zahl als Ergebnis. Das ist interessant. Doch, würde man... Würde man bekommen... Wartet mal. Doch, könnte man bekommen. Hm. Und zwar, wenn man 51... Achso, die 5 darf ich nicht. Äh, wenn man... Ich muss ja mit 1 anfangen. Ah... Okay, aber ich könnte zum Beispiel sagen, 14... Ich will jetzt halt die anderen Zahlen reinbringen, kommen erst mal. 14 plus... Nee. Es wird... Nee, ich kriege... Okay, mit einem Plus, egal wie ich es anstelle, kriege ich keine dreistellige Zahl hinten hin. Okay, ich meine, es muss ja auch nicht dreistellig sein. Und wir haben ein Plus auf jeden Fall dabei. Das heißt... Ja, damit kann ich es eigentlich schon ausschließen, dass es dreistellig ist. Das ist ja sick. Weil halt die 1 vorne ist. Wäre... Wäre... Keine Ahnung, wäre die 2 vorne, könnte ich sagen, plus 99. Und dann hätte ich was dreistelliges hinten. Aber so geht es nicht mehr. Das ist ja cool. Weil das Maximalst, was ich hier dazuzählen kann, wäre eben, wie gesagt, 99. Und dann kriegen wir... Oh, 100 ist noch nicht ausgeschlossen. Stimmt. 100 ist noch nicht... Okay, dann testen wir jetzt 100. Dann haben wir die 0 drin. Wir haben die 9 drin. Wir haben zwar jetzt ganz oft die 1 drin, aber wir kontrollieren, wo das ist gleich steht. Aber das Plus darf hier nicht stehen. Ne, geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Zurück, 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 zurück. Das Plus darf hier nicht stehen. Das Plus darf an der Stelle nicht stehen. Dann komme ich... Ich bleibe dabei nicht über 100. Mit dem Plus. Geht nicht. Wäre es denkbar, wenn man sagt, hier ist, keine Ahnung, 1... Ne. Ne. Dann müsste ich hier das Mal sein. Ne, ich glaube nicht, dass wir über 100... Dann ist das Ergebnis einstellig. Dann ist das Ergebnis was Einstelliges. Oh, dann wird es aber nochmal sehr interessant. Dann, glaube ich, rate ich jetzt erstmal in der nächsten Runde wieder ein paar Zahlen rein. So, keine Ahnung, 146... Plus 4... Achso, ja, aber wird die Rechnung viel zu lang. Ne. Okay, dann machen wir es anders. 1... Okay, mal darf ich schon nicht mehr machen. Erlaubt er in die negative Richtung zu rechnen? Also, dass ich sage, 1 minus 4... Dann wäre ich jetzt bei minus 3. Dann mache ich plus... Was weiß ich? Plus... Lasst mich mal was machen, dass ich hier die Zahlen weiter benutzen kann. Ich bin jetzt bei minus 3, dann mache ich... Plus 0,9... Ist gleich 6. Erlaubt er das? Also, erlaubt er hier die 0,9? Ist das für ihn legitim? Wir gucken mal. Enter. Okay, ist legitim und die 0 ist nicht dabei und die 4 ist nicht dabei. Das Minus und Plus ist an der richtigen Richtung. Ich war also tatsächlich auf dem richtigen Dampfer, dass wir abziehen von der 1. Wir gehen in die negative Richtung. Wobei, wir könnten auch 1 minus 1 machen. Uh... Stimmt, wir könnten auch 1 minus 1 machen. Okay, wir machen mal 1 minus 1. Dann kommt auf jeden Fall das Plus. Jetzt sind wir bei 0. Es kommt eine 6 vor, es kommt eine 9 vor, aber nicht an der Stelle, wo sie sind. Es kommt keine 0 vor. Hier muss aber noch eine Zahl rein. Ob die 7 dabei ist, weiß ich noch nicht. Ich würde schon gerne jetzt im dritten Schritt wieder fertig werden, weil ich denke, ab jetzt kann ich mit Logik das durchkriegen. Mal gucken. Aber dauert halt jetzt ein bisschen, ich muss nachdenken. Ihr lasst mir hier meine Zeit zum Nachdenken. Vielen Dank. 1 minus 1 ist 0. So. Hinten kann nur einstellig rauskommen. Also kann hier nicht... Nee, dann ist aber schon Quatsch. Nee, dann ist schon Quatsch. Dann müsste hier die 0 hin. Also das kann ich nicht machen. Dann muss ich mehr abziehen. Ich muss mehr abziehen. Also ich muss wirklich in die negative Richtung laufen. Dann machen wir jetzt mal 1 minus 9. Gehen wir mal richtig hart runter. So. Und die 8 kommt ja auch noch vor. Die 8 kommt ja auch noch vor. Die habe ich vergessen. Na, dann haben wir alle Zahlen. Oder? 1. Hier wäre zum Beispiel jetzt 8. Nee, eine Zahl fehlt. Stimmt, eine Zahl fehlt. Eine kommt entweder doppelt vor oder... Vielleicht haben wir die 7 auch noch nicht. Okay, aber jetzt mal 1 minus 9. Plus. Jetzt bin ich bei minus 8. Ich muss die 6 irgendwie reinbekommen. Was wäre denn plus 16? Was ist denn minus 9 plus 16? Ist 7. Naja, es würde bisher nichts dagegen. Doch, die 8 ist nicht dabei. Okay. Dann machen wir nicht plus 16, sondern wir machen plus 17. 10 ist gleich 8. Das wäre denkbar. Also, solange es im Moment... Ich kann es im Moment nicht ausschließen. Das ist etwas, was ich aktuell nicht ausschließen kann. Alles, was ich habe, erfüllt die Bedingung. Minus ist an der richtigen Stelle. Die 9 darf hier stehen. Die 1 muss hier stehen. Das Plus muss hier stehen. Eine zweite 1 kann vorkommen. Also, muss eigentlich sogar, weil wenn das Ergebnis einstellig ist und ich am Anfang abziehe, geht das gar nicht anders. Dann muss hier eine 1 stehen. Die 7 darf hier stehen. Das ist gleich an der richtigen Stelle. Und die 8 darf hier stehen. Also, ich habe im Moment... Ich habe keine 6 benutzt. Uh, ich habe keine 6 benutzt. Kommando zurück. Siehste? Siehste? Da geht schon los. Ich habe keine 6 benutzt. Okay. Okay, dann ziehen wir mal am Anfang 8 ab. Dann kann ich besser variieren. So. Jetzt bin ich bei minus 8. Äh, minus 7. Entschuldigung. Minus 7. Jetzt kommt welche Zahl dazu? Ähm... Habe ich gerade bei 1 minus... Ich habe sowieso gerade falsch gerechnet. 1 minus 9 ist... Nee, ja, nicht minus 9 ist ja minus 8. Ich habe gerade sowieso falsch gerechnet. 1 minus 8 ist minus 7. Plus... Plus, 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 plus. Äh, was wäre bei... Ich brauche, ich brauche eine 9. Ich muss eine 9 einbauen. Also entweder ich kriege als Ergebnis eine 9. Was bräuchte ich, dass als Ergebnis eine 9 rauskommt? Ich bin jetzt bei minus 8. Plus 17. Dann hätte ich als Ergebnis 9, aber dann habe ich die 6 nicht verwendet. Das ist blöd. So, wenn ich will, dass als Ergebnis 6 rauskommt... Äh, darf es nicht. Ist da... Wait, hier darf keine 9 stehen und hier darf nicht die 6 rauskommen. Nein, nein, dann muss ich die 6 abziehen. Dann muss ich die 6 abziehen. Dann haben wir 1 minus 6 ist minus 5. Plus, 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 plus. Plus 19 wäre aber schon wieder zu viel. Plus 18 wäre auch zu viel. Jo, das ist interessant. Ich ziehe doch nochmal die 9 ab, weil ich mich vorhin verrechnet habe. 1 minus 9 ist minus 8. Ich glaube, ich habe mich vorhin, weil ich mich verrechnet habe, habe ich Quatsch gemacht nachher bei dem Schluss. Habe ich, glaube ich, dann Quatsch gemacht. 1 minus 9 ist minus 8. Plus 16 ist gleich 8. So, okay. Jetzt, jetzt. Weil ich mich vorhin verrechnet habe. Das war mein Fehler, weil ich hier mit minus 9 gerechnet habe und nicht mit minus 8. Die 1 ist richtig, das Minus ist richtig, die 9 dafür stehen, die Plus dafür stehen, 1 darf hier stehen, 6 darf hier stehen, ist gleich dafür stehen, 8 darf hier stehen und ich habe alle Zahlen benutzt, die es gibt. Ich habe alles benutzt, was ich brauche. Ich brauche eine 8, ich brauche eine 9, ich brauche eine 6. Jetzt ergibt, ja, ja, ja. Ich war vorhin, war ich wegen der, ja, ich habe falsch gerechnet vorhin. Jetzt bin ich mehr einverstanden. Schauen wir mal. Schauen wir uns das mal an. Jetzt bin ich mehr einverstanden. Mal gucken. Ja, okay. 1 minus 8 plus 16 ist 9. Gut. Gut. Aber ich sage mal, das war jetzt, äh, 50-50. Also, das hätte genauso gut andersrum sein können. Also, da würde ich jetzt sagen, das hätte man jetzt aus der Logik nicht schließen können, dass die 8 nicht hier sein darf, sondern die 9 da hinten. Na, weil es ergibt ja Sinn. Aber dafür hat man ja auch mehrere Ratemöglichkeiten. Cool. Schön, schön, schön. Okay. So. Dann haben wir das geklärt. Dann gehen wir ins Quirrdel. Jetzt versuchen wir mal, das Quirrdel wirklich ordentlich zu spielen. Also, ich glaube, es ist wirklich gut am Anfang, viele Buchstaben reinzubekommen und nicht gleich dann ein Quirrdel weiterzunehmen, ne? Sondern wirklich viele Buchstaben. Wir starten mal mit Pause. So. Und dann nehmen wir jetzt noch halt irgendwas, wo die, wo keiner von den Buchstaben vorkommt. Zum Beispiel Neu Äh, ja, das S ist jetzt doppelt. Aber warte, finde ich was Besseres? Finde ich was Besseres? Ähm. Finde ich was Besseres? Ich würde gerne ein Wort ohne E. Ich würde gerne die anderen Vokale abdecken. Weil A, U ist jetzt schon bei ganz vielen raus. Dann hätte ich da gerne O und I. Ich muss doch irgendwie O und I reinbekommen. Ähm. O und I. Ne, nicht mit P anfangen, das habe ich gerade schon gehabt. Und... Toi, ne, O und I. Leien. Ja, das S ist ein bisschen... Ja, aber dann habe ich... Dann ist das S jetzt doppelt, aber ich habe die ganzen Vokale abgedeckt. So. Okay. Gut. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben hier L, I und E. Das ist doch schon eine recht gute Ausgangslage. Das L ist nicht vorne. Nein, eigentlich ist es noch keine recht gute Ausgangslage. Wir machen mal noch ein Wort. Noch ein Wort mit Buchstaben, die wir noch nicht benutzt haben. Ähm. SM würde ich auf jeden Fall gerne noch kontrollieren. Okay. Jetzt muss ich einen Vokal benutzen, den wir schon hatten. Dann machen wir jetzt halt mal das I hier rein. Dann kann ich zumindest da weitersetzen. Ähm. Mit. Ist Mitch ein Wort? Mitch ist ein Wort. C und H hatten wir auch noch nicht. Können wir C und H auch noch abklären. Okay. Ich denke, jetzt haben wir ganz gute, ganz gute Basis für das, fürs weitermachen. Vor allem hier drüben. Vor allem hier drüben. Ähm. A, T, C, E. A, T, C, E. A, T, C, E. Das A ist richtig, T, C und E ist nicht richtig. Also sagen wir mal, T, A. Jetzt das C. Jetzt müsste das E hier kommen. Verdammt. Es gibt so was wie T, C, E, T, C, E, T, C, E, T, C, E, T. Das bringt mir bei den anderen nicht viel Weil ich ja die ganzen Sachen schon Das bringt mir bei den anderen jetzt gar nichts Da gewinne ich jetzt 0 Ich gewinne 0, wenn es das Wort nicht ist Außer, dass ich vielleicht jetzt hier die richtigen Also, dass ich vielleicht dann weiß, T ist an der richtigen Stelle oder so Solche Scherze Aber ich gewinne an sich bei den anderen 0 Weil ich die alle Buchstaben schon habe Ah, ist natürlich doof Wobei, hier können wir das E kontrollieren Ob das E woanders gelandet ist Hier können wir das T kontrollieren Ob das T an einer richtigen Stelle Okay, doch, ich gewinne durchaus was Ich gewinne durchaus Erkenntnisse Okay, hab nichts gesagt, ich gewinne Erkenntnisse Es ist nicht T, ist it Okay Ja doch, wir haben Erkenntnisse gewonnen Ja, 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 wir haben Erkenntnisse gewonnen Ich hab nichts gesagt So, jetzt muss ich aber hier trotzdem noch einen Guess machen Um das hier fertig zu bekommen Weil jetzt ist es CA Dann kommt irgendwas dazwischen Und dann kommt ET Gibt es Okay, T kann da nicht stehen Könnte ja auch ein Buchstabe sein, den wir noch nicht haben Das wäre ganz gut Kadett 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 ist denkbar, dann haben wir das D auch noch verwendet Vielleicht ist ja auch noch irgendwo ein D Kadett Gibt es mehr Möglichkeiten? Das wäre jetzt blöd Gibt es Cafett? Nein Gibt es Kakett? Nein Also ich hoffe, ich kriege jetzt keine anderen Möglichkeiten Aber ich muss es kurz ausprobieren Weil Kadett wäre aktuell mein Guess Nein, es gibt auch noch Kadett Und er ist bisher noch nicht raus Scheiße Scheiße Was gibt es noch? Gibt es Kavett? Nein Kaxett? Nein Wüsste ich auch nicht, was das sein soll Kavett? Nein, zum Glück Kavett? Auch nicht Okay Okay Wofür entscheiden wir uns? Wofür entscheiden wir uns? Kadett? Oder Karet? Oder Kert? Oder wie auch immer das heißen soll Ah Ich nehme den Kadett Ich meine, beides ist jetzt 50-50 So Was soll ich tun? Wir könnten allerdings auch warten Wir wissen jetzt ja hier, was Sache ist Oh, wir könnten auch warten und gucken Ob irgendwo sowieso das R noch relevant wird Dann hätten wir das R nämlich kontrolliert Dann würde das hier gelb werden Vielleicht machen wir erstmal weiter Ja, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee Weil hier haben wir jetzt I, E Und ein L kommt vor Aber ich muss halt Also ich habe noch eins, wo ich raten kann Danach müssen alle sitzen Danach müssen alle sitzen Das ist der Punkt Einmal kann ich noch irgendwo raten Danach muss alles sitzen Ah Ja, 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 ja Schwierig Schwierig, schwierig Okay Also E und I passt hier L ist nicht am Anfang Das macht noch viel zu viele Möglichkeiten Kann ich irgendwas mit While? Ja, das wäre jetzt ein Wort, was okay So kann ich sowohl das R als auch das D kontrollieren Und hier kann ich sogar gucken Ob das L jetzt an der richtigen Stelle ist Und habe R und D halt bei den anderen auch noch kontrolliert Das halte ich gar nicht mal für dumm Das halte ich gar nicht mal für dumm Das nehmen wir Wild Und das ist D Jetzt ist aber das Problem Ich muss jetzt hier Kadett auslösen Weil Kadett ist ja richtig Also ich muss jetzt Kadett nehmen Geht gar nicht anders Das heißt bei den anderen Verliere ich jetzt Nee, diesen einen Guess Aber was soll ich tun? Geht halt nicht anders Kadett So Dann haben wir jetzt hier Das R ist hinten Also haben wir Iler Äh Wiler wäre wahrscheinlich ein Wort, was existiert Gibt's nicht, okay Okay Okay, was könnte es da noch geben? Gibt es Nee Gibt es Beiler? Nee Was gibt es für was? Jaila? Hätte ich noch nie gehört Leiler? Nein Auch komisch Ah, der L darf auch gar nicht vorne stehen Mit V Weiler? Oh, das gibt es Okay Damit kläre ich dann halt noch das V Weil das haben wir bisher noch nicht verwendet Gibt es ein anderes Wort, was Also ein anderer Buchstabe da vorne stehen könnte Sowas wie Seiler? Ich hoffe Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Kein zweites Ist auch möglich Weil wenn sich Nein Ah, shit Okay V oder F Ich habe jetzt schon zwei Möglichkeiten V oder F Ah, ich habe jetzt schon zwei Möglichkeiten Hm Okay, dann müssen wir erst wieder zu einem anderen Wort gehen Dann müssen wir erst wieder zu einem anderen Wort gehen Und gucken, ob wir da V oder F Hier ist zum Beispiel schon wieder Ah, das ist schon wieder richtig kacke Da haben wir jetzt nur das T fest und das R fest und ein O ist irgendwo Aber wir haben halt auch schon viele Buchstaben ausgeschlossen Wie sieht es da drüben aus? Da haben wir das I Das E und das N Das ist noch schlechter Das ist eine noch schlechtere Ausgangslage Hm Weil ich muss jetzt halt bei allen richtig liegen Das ist das Problem Also wenn ich jetzt hier oben anfange zu raten mit Ja, ich kann nur F oder V raten Ich entscheide mich für V Ja, für F Pfeiler Und hoffe halt, dass das F noch irgendwo hier vorkommt Das F ist wahrscheinlicher in den Wörtern noch existierend Oh Was auch gut wäre Ja, für hier ist es schlecht Das I ist sowieso schon an der falschen Stelle Das E haben wir auch schon geklärt, dass das hier nicht ist Ist schade Aber die muss sich hier halt setzen ILE muss sich setzen Also das wird dadurch nicht besser Hier Oh, hier wird es auch nicht besser Ah, ja, was willst du machen? Wir probieren Pfeiler aus Okay, es war Pfeiler Huh Hat mir das F jetzt irgendwas gebracht? Nein Ja, dann war es das Ich werde hier nicht auf den richtigen Also ich werde hier niemals jetzt auf die richtigen Wörter kommen Es fängt mit R an Es hört mit T auf Und irgendwo ist ein O Außerdem kommen die unteren Buchstaben noch irgendwie in irgendeiner Variante vor Also wenn ein O irgendwo vorkommt, müsste es eigentlich direkt nach dem R kommen Was soll sonst nach dem R kommen? Bei denen sagen die da sind Y könnte noch sein, aber naja Okay, Robot Robot wäre denkbar So, erfüllt die Bedingungen Ich habe auch nie zwei O verwendet Es ist nicht ausgeschlossen Das T ist an der richtigen Stelle Ich probiere Robot aus Es ist Robot und das B ist dabei Das B ist hier drüben auch dabei Wir haben vier Buchstaben Nur nicht an der richtigen Reihenfolge Uh Können wir das noch klatschen? Können wir das noch reißen? Okay, wir sagen mal Wir starten mit N Dann kommt ein E Ein Buchstabe, der noch fehlt Nee, das ist komisch Wir starten mal mit B Dann E N I Gibt es hier irgendeine Kombination aktuell Die möglich ist? Gibt es hier aktuell eine Kombination, die so möglich ist? Sieht nicht danach aus, ne? Ich habe, glaube ich, alles durch Ja, ich habe, glaube ich, alles durch Es könnte aber natürlich hier dazwischen was anderes sein Also, keine Ahnung Benji 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 Benvi Benvi Benxi Ein Förderbuchstabe fehlt ja theoretisch noch Habe ich Benji schon? Ja, ich glaube, ja Okay, Benji Nein, 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 nein Benji nicht, weil N ist da nicht Okay Ja, dann scheint es nicht mit Benji anzufangen Machen wir mal Bin Oh, Binge Äh, Quatsch I ist ja da nicht I ist ja da nicht Oh mein Gott, ich bin ich trottel I ist ja da Stimmt, I darf da nicht sein Aber B muss nicht am Anfang sein Das ist das Problem Das ist noch nicht klar, ob B am Anfang ist Aber stimmt B darf nicht Also I darf Hm Okay, dann müsste aber das E als nächstes kommen Ich meine Es könnte auch Beginn sein Beginn ist aktuell nichts Ausgeschlossenes Ne Das G haben wir noch nicht drin B ist am Anfang E ist dort Wo es stehen darf I darf dort stehen N darf dort stehen Dieses Wort Erfüllt Aktuell Alle Bedingungen Heißt für mich Ich probiere es aus Weil Selbst wenn es jetzt noch ein zweites Wort gäbe Was die Bedingungen erfüllt Ist es ja egal Weil Das erfüllt ja die Bedingungen So Nichts spricht aktuell gegen dieses Wort Ja, let's go Yes Wuh Okay Nice 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 Gut Dann lasst uns noch in die Ins Wirtel gehen Ähm Kommen wir starten wieder mit Pause Ist mir jetzt wurscht So, zack Ah, stopp Vorher Gehen wir in den Hard Mode Dass wir das jetzt endlich mal wieder Dran denken So Pause Stabil Ähm 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 Äh Ähm 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 Es muss er nicht Lessen Oh, der schreibt mal mit zwei Äh Ich hab nix gesagt Leech Okay E und H E ist immer noch nicht an der richtigen Stelle Ärgerlich Ähm 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 Äh Äh Ähm Das ist dumm Warte, wir starten mal mit nem H Wir starten mal mit nem H Ähm Ich glaube aber jetzt kann es nicht Jetzt komme ich nicht weiter Ich glaube jetzt komme ich wieder nicht weiter Hoped Warte ist hoped ein Wort? Ja I hoped Okay E ist jetzt an der richtigen Stelle E ist jetzt an der richtigen Stelle H noch nicht O kommt auch noch vor Okay Hinter E kann kein S stehen Es könnten N noch hinter E stehen Ist das ein Wort? S, H gibt es gar nicht Wie könnte das H hier eingebaut werden? Könnte es mit E, H Ne, E, H darf auch nicht hinten stehen Irgendwie will ich nicht mit O anfangen Ich habe immer so das Gefühl, dass ich zu viele Wörter einfach noch nicht kenne so richtig Aber okay Ich muss mit O anfangen Weil O kann weder hinter E stehen noch vor E Das wäre alles komisch O, 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 O Ja doch, es gibt schon Wörter mit O Aber selten Ja, selten Ne, komm Wir machen O an Anfang Wir machen O an Anfang Wir machen mal O an Anfang O an Anfang Oh Other 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 Erfüllt aktuell alle Bedingungen Nice Okay Läuft Ein deutsches Wörtel Bzw. mittlerweile 6 mal 5 Warum auch immer Gut Wir starten wieder mit der Pause Komm jetzt, zack Let's go Da gewinnen wir ein A und ein E Dann nehmen wir mal den Laden Das ist alles aktuell erlaubt Ah, ne Ich hab das A Interessant, dass das durchlässt Ist der Hardmod nicht drin? Okay, das interessiert den nicht Wundert mich so ein bisschen Eigentlich wäre das doch auch was, wo man sagen müsste Im Hardmod, hey, du darfst es nicht an die gleiche Stelle setzen Das ist ja schon raus Das ist ja schon klar, dass es da nicht mehr ist Aber gut, ist für den scheinbar genehmigt Ja gut So, dann haben wir Ja, Affen, wäre noch denkbar Wort nicht gefunden Affen gibt's einfach nicht Ist okay Ist okay Alpen Äh, Alice raus Alben Alice immer noch raus Äh Arten Arten wäre denkbar Stabil Okay Das lief doch heute Gut Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sage Tschüss Ich bedanke mich für heute Ich bedanke mich für heute